Ampel Karlsruhe erklärt neues Wahlrecht teilweise verfassungswidrig. Die Grundmandatsklausel besagt, dass eine Partei nur dann Sitze im Parlament bekommt, wenn sie mindestens in einem Wahlkreis eine bestimmte Anzahl an Stimmen erhält. Die Richter in Karlsruhe haben nun entschieden, dass diese Klausel in ihrer aktuellen Form gegen die Verfassung verstößt, da sie den Grundsatz der Wahlgleichheit verletzt. Die Ampelparteien müssen nun eine neue Regelung finden, um die Grundmandatsklausel verfassungskonform zu gestalten. Die Richter betonten jedoch, dass andere Teile der Reform, wie die Einführung von Überhangmandaten und die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, weiterhin bestehen bleiben. Die Ampelparteien müssen also nun nachbessern, um ihr neues Wahlrecht in Karlsruhe rechtssicher zu machen. Es bleibt abzuwarten, wie sie auf die Entscheidung reagieren und welche Maßnahmen sie ergreifen werden, um die Grundmandatsklausel in Einklang mit der Verfassung zu bringen. Die Ampelparteien Die Ampelparteien Die Ampelparteien Die Ampelparteien Die Ampelparteien